Kein Mensch vermutet, dass wir für das größte Mädchenhandelssyndikat der Welt arbeiten. Diana ist von jemand in Wien entführt und hierher gebracht worden. Ich suche so lange, bis ich sie finde. In einem Bordell wird er fündig. Liebling, jetzt wird alles gut werden. Doch das Syndikat hat ihn im Visier. Das Haus der tausend Freuden. Auf das Viertel. Klasse Krimis. Krimis.